die Pissois sind aber heutzutage hoch, ey, ich geh mal hier in die Ecke. Scheiße geht nicht. Ach, ich geh so pissrennen, äh, jetzt zu spät, jetzt hab ich mich schon im Waschbecken oraniert. Hallo, hallo, nur mit auf Klo. Keiner? Ne, leck mich doch. Da geht's nicht weiter. Zulich ist die Tür weggesprengt. Da hab's grad top, ich hab's doch gehört. Ja, egal. Ah, gleich die Bene gebrochen, ein Leben, Deck, haben wir noch 99. Ja, ne, der Karafall kann sich ja nicht, mit dir auch nicht. Ah, das ist da hinten nämlich. Ach, mein Liebling ist auch mal wieder. Mensch, jetzt fette er schon in ihr Audi, äh, war ja früher Audi Skin. so gelobt sie müsste die wunderschöner normalrunden mond gesehen los verschwinden war es weg weg ich bin wieder allein allein denn er ist weg schon garten hat auf jeden fall auf dem dach ja wirst du kohle weiter ich will meine kohle kreis hier rein ich bin weg ich bin weg geisterhaft so auf jeden fall gehen wir jetzt noch mal speichern sommer den die spacko auch fertig denke ich doch mal und anfang der mann und späckern und die das hat kennen so rein routine speichern schon hier und ich spreche immer auf der anderen Seite ich muss alles im Weg stehen Tür zu! Tür geht nicht zu! Scheiß Tür wir machen jetzt den Angriff so muss das laufen haben wir mal schnell eingeparkt hier und dann gehen wir mal eine Runde speichern und dann gehen wir zu Asuka machen wir mal diese komische irgendwie aufhetzten Missionen Juuu dann will ich mal Kohle dafür bekommen ist aber schon bisschen ätzend ich geh mal den Dings rausholen obwohl die Karo auch nicht viel aushält vielleicht nen Bus mitnehmen nen Bus die Mission machen mhm das war zu Asuka-Fragen und dann werden wir mal gucken wie wir das machen da haben wir nun doch in der Wand genau fangen wir hier mal eine Runde rum damit wir gleich abräumen können zack Türchen zu das AIE da 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 Oia bestraf mich JA noch mal ja das kann man ja schon mittlerweile ähm da 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 irgendwie in den Mond rauch ich tue du rauch wieder lange noch nicht denn ich bin der Arschgesicht So, weiter geht's. War es hier vorhin drei? Ach ne, das ist ja doch der Punkt jetzt hier. Also der dritte, pinke, Punkt. Der pinke, männliche Punkt. War es mit dem Bus gewesen? Was für eine gute Idee ist, halt die Frage. Wir probieren's einfach mal. Da, ich hab die Schule verpasst, ich brauch'n Schulbus! Ganz schnell! Ja, fängt schon gut an. Wurde ich wieder zehnmal falsch fahren. Mach ich jetzt hier rum? Vielleicht bin ich völlig verwirrt. Da ist es richtig, denke ich. Hoffe ich, weiß ich. Ich war schon wieder völlig falsch. Das kann natürlich auch sein, das kommt öfter vor. Ich bin doch völlig verwirrt mit diesen Brückenübergängen, aber jetzt bin ich richtig... ...falsch. Also richtig falsch bin ich jetzt. Da, ballert euch gegenseitig das Hirn weg. Ich bin nicht so schlimm. Aber das wird ja nicht so schlimm. Ich bin ja auch hier. So, den noch ein bisschen beiseite quetschen hier. Quetsch, 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 quetsch. Fahr doch mal beiseite hier. Mann, ey, komm schon raus. Check. 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 So, was geht in the hood? Seid ihr auch kaputt? Ja. Kaputt im Ohr, das ist schon klar. Diese Sonne macht ein Wahnsinnig. So, wie jetzt haben wir unser coole Bus, Carl. Wir fahren hier mit übelster krasse Geschwindigkeit. Ist der Song noch raus. DJ Musik, bitte. Hallo, ich bin Alpera. Da, macht Musik und muss ich die Leute volltexten. Das will doch keiner. Die Leute wollen auch ihre Ruhe haben. Oh, hoppala, ja, das tut mir leid. Wüsste, der macht das Regen, der fährt gleich weiter. Hallo, Musik. Where are you? Ah. Ich höre was. Da. Achso, von Battlefield 3. Thema. Okay, 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 okay. Los, kommst du mit, Kumpel. Das wäre echt vorgeil von dir. Ah, nicht jemanden Arsch haben, ey. Ich bin nicht so inah. Nein, hör mal auf. Nein, nicht immer hinten. Mach doch mal vorne. Was? Ich kenne das Ekel-LP. Oh, das wäre von hinten gehen, wie ich saue. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich hier da hochkomme, oder? Ob ich hier hochkomme, oder? Okay, das war schon wieder zu assen. Ich weiß gerade zum gelben Punkt zu fahren, falls ihr euch wundert. Immer noch schön hinterher fahren, immer noch schön hinterher fahren. So, gucken wir das hier. Und die Pi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Und die Pi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i gut, ich komme auch gleich zurück, da ist es, ich habe Freunde, die wollen doch was von mir ich freue mich, das ist eine gute Idee, man macht nichts Futsch oh, ich mache mal diese kleinen von hinten, nehmen wir hier also oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne nicht, nein, fuck, ich habe das dieses Spiel mitbekommen, ich bin wie auf der falschen Insel, ey, Mann, Alter, alles wäre na lit, ey, ne, ich bin aufs richtigen Insel! Cool! halt λkn, bleib mal schön stehen, du? Das geht auch gut! ich will jetzt ein bisschen ätzend diese Mission das ist die letzte Mission ist nääää Tür zu jetzt ist wieder gleich Popo haue hier der Köder Bah ja und oh und nochmal ja ich bin so kleiner perverser wer würd schon nicht gern von ner Frau mit nem Stock verprügelt so Hobby oh Techno hier halt ne da fahr ich nicht wirklich die Schrake da krieg ich hier noch Akkos sooo jetzt fahren wir noch ach ich bin ja völlig verpeilt ne öööö ach ich weiß es und wir sind übrigens abgehoben ne nix rum nix rum nix rum mit der Brücke sei doch mal unten sooo jetzt fahren wir wieder runter und damit fahren wir fast in die Familienkutsche rein hier sooo jetzt fahren wir wieder ganz dicht an den Kunden vorbei hier juhuuu das wollte ich nicht doch wollte ich haha haha daneben schmacko dä kommt däkommt sier die da kommt da kommt da kommt er hat ich muss jetzt dann dann aber die schluss dann jetzt fahr ich wieder wieder oder neben losfahren die kriegen uns nie freundlich mit cnb eine karte die brauchen lange um hinterher zu fahren und ich hab noch wissen wo ich langfahre ist auch geil da kommt gleich wieder einer, pass auf, der ist bestimmt brutal nein nein nein, wir stehen, wir stehen, wir stehen, wir stehen vielleicht doch noch stehen, doch nicht so rum Hilfe, 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 Hilfe warum mache ich die Scheiße nicht, Alter? das war, äh, 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 der da äh, ich brauchte noch ein Auto, ein schnelles allerdings Auto, ich dreh mich so schnell, ich mach mal wieder Minus na, ich brauch ein schnelles Auto, na, geht doch na, gut Musikgeschmack hat er auf seine Lose Mick mit der Cheetah Lambeche Eta geht's jetzt ab und oh, jetzt ist meine letzte Karre ja die Hefe die 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 Oh, du Tudu, du Bitch! Wuh, boah, geil! Wo muss das gehen, so muss das... Da kommen wir schon so auf Nipo-Speed, Most Wanted, wenn wir wieder durch die Kurven so... So, guck, komm ich jetzt zu dem... Ah, hast gesehen, so parkt man ein, Alter! Scheiße! Boah, ich stell dir hier wieder nur Müll rum! Ich brauch ein Auto!